Diese türkischen Leute hier sind sehr schön, sie fischen und haben einen Eel. Ich denke, er wird ihn zurückgelegt. Es ist wahrscheinlich nicht sehr islamisch. Die haben viele Würmer, muss man sehr gut kochen, keine Sushi mitmachen. Das ist ja ganzjährig geschützt in Frankreich, das darf man auch nicht mitnehmen. Schnell zurückschmeißen. Der kann überleben, der kann einen halben Tag draußen, der kann von diesem See zum Il. Es gibt auch Leute, die haben eine Wette gemacht. Die haben so eine kleine Aal runtergesluckt, lebendig, hat alles aufgefressen im Bauch. Ja, ja. Es erinnert mich eine Geschichte in Südafrika. Die Leute waren komplett krank. Und die... Die haben einen kleinen Eel geschluckt, und es hat alles in den Intestinen gegessen. Diese Leute haben hier ein Werkzeug. Hier, auf einem schönen Berg. Die haben mich für einen Kaffee und... ...eine... ...Türkische Kacke hier. Fantastisch. Echt schön, Leute. Okay, tschüss. Ciao. Er will aber nicht lassen. Er hat geschluckt. Er beistet. Er werden die Metzl mit speziellen Equipment nehmen. Er beistet. Er muss lassen. Ja, ja. Er will nicht sein Mund aufbauen. Der Beak. Er wird... Ich würde ihm nicht wehtun, weißt? Ich würde ihm nicht wehtun, weißt? Schön. Er sieht ein bisschen wie ein Schneck. Sieht ein bisschen aus wie eine Schlange, he? Das ist ein Aal. Ja. Wir schneiden das Aal. Lassen Sie so? Ja, ja. Wir schneiden das, sonst machen wir mehr kaputt. Der schafft es raus. Ja? Ja, ja. Das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Warum Briten-First? Das ist was sie wollen. Das ist ein Aal. Briten-First und Tommy Robinson. Das ist ein Aal. Das ist ein Aal. Sie wollen eine Krieg zwischen den Menschen. Das ist nicht notwendig. Oh, nice. Bye, bye.